Türchen Nummer 4 bringt uns heute ein Dallarpferd. Ein Dallarpferd kommt aus dem Skandinavischen. Ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich jetzt ein Land nennen würde. Ich würde aber tendieren so Schweden, Finnland da oben, so in die Richtung. Aber da lest selber gerne nochmal nach. Ich finde sie halt einfach nur wunderschön, auch wenn sie nicht in die deutsche Tradition gehören, finde ich, es peppt das Weihnachtsfest auf eine andere Art und Weise so ein bisschen auf. Und ja, kommt mit und begleitet mich. Wir malen zusammen ein Dallarpferd. Wie sieht ein Dallarpferd aus? Ich habe es euch ja gerade schon gezeigt. Wenn ihr ein bisschen Inspiration oder Hilfe braucht, dann gebt mal in eurer Suchmaschine Dallarpferd ein. Und dann findet ihr ganz viel Inspiration. Ich werde es hier heute auch wieder recht simpel halten. Wie machen wir es denn? Das Dallarpferd ist auch immer recht simpel. Das Ohr nicht vergessen. So, das Dallarpferd können wir ruhig noch ein bisschen eckiger machen. Die Beine noch ein bisschen länger. Und dann könnt ihr dieses Dallarpferd mit unglaublich tollen Mustern versehen. Da können wir so eine Decke drauf haben. Aber halt wie gesagt auch total tolle Muster. Ich werde hier wieder mit Aquarell malen. Ich werde aber das Dallarpferd ein bisschen heller machen, damit ich die Muster besser draufmalen kann. Ich habe mich entschieden, das Pferdchen, ach nee, stopp, bevor wir loslegen, die Bleistiftlinie. Und ich grundiere das wieder ein bisschen mit Wasser vor. Und werde es ein bisschen türkis machen. Das müssen ja nicht immer traditionelle Weihnachtsfarben sein. Wie gesagt, es empfiehlt sich, wenn ihr mit Aquarellfarben oder mit Wasserbasierten Farben arbeitet, es ein bisschen heller vorzuzeichnen, vorzumalen. So, gut trocknen lassen. Die Decke. Die Decke. Wie machen wir das hier? Kommt hier mal ein bisschen vor. So, und wenn beide Grundierungen oder beide Untergründe gut getrocknet sind, dann können wir mit dem Muster anfangen. So, und zwar, ich würde mit dem schmalen Pinsel etwas für Farben arbeiten. Vielleicht mit einem Grün diesmal. Was nehmen wir denn da für Grün? Chromoxid. Chromoxidgrün. Chromoxidgrün hell ist das hier. Stumpf, nicht hell. Stumpf. Dann könnten wir mit dem Dallabpferd ein typisches Geschirr aufsetzen. Und diese dicke Linie einfach den Pinsel ein bisschen runterdrücken. Und dann sagen wir mal los. Und wir werden mit dem Grün... Dieuin... So, ich hoffe, es geht daher. Sehr Freiheit. Es geht um mich zu jeden mit Då. Museumimik. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt benutze ich Cardiumrot. Und auch hier würde ich jetzt zum Schluss noch mit Weiß rangehen. Und auch hier würde ich jetzt zum Schluss machen. Und jetzt zum Hinterlapel bohren wir ein Auge. So würde ich das stehen lassen. Das gefällt mir ganz gut. Also da kann man sich wirklich kreativ mit irgendwelchen Mustern ausleben. So, wenn es trocken ist, wieder ausschneiden. So. So. Ich wünsche euch viel Spaß beim Mit- und Nachmalen. Es war recht spontan, was ich hier gemacht habe. Ja, zeigt mir eure Dallapferde. Wie sehen eure Pferde aus? Welche Farben habt ihr gewählt, die euer Dallapferd schmücken? Zeigt sie mir mit dem Hashtag Lillys Adventskalender 2021. Wenn ihr möchtet, markiert mich auch gerne. Und ja, wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.